DAKTRACK DAW VERSTEHER Dein Podcast im Recording-Blog mit Biern und Jonas さあ, Sie sind wieder eingeschaltet und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von deinem Lieblings-Podcast, die DAW Versteher melden sich hier aus der Knochenmühle des Münsterländischen Principalstudios an meiner Seite gut gelaunt aber ein bisschen leer getrommelt Die Living Drum Machine, die goldenen Ohren von Holpik, Björn Schlüter. Lieber Jonas, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr mich eingeschaltet habt zur neuen Folge hier. Wenn ihr uns seht bei YouTube oder wenn ihr uns natürlich auf den Plattformen hört. Und ich freue mich sehr, dass nicht nur ihr dabei seid, sondern auch dieser wundervolle, gutaussehende Mann hier zu meiner Linken. Dann nehme ich kein geringerer als Jonas Wagner aus Münster-Wolbeck extra angereist für euch mit Brühwurst und Kartoffelsalat. Mit allem, was er hat und mit dem weltberühmten Tzatziki von meiner Frau. Das möchte ich nicht unterschlagen. Anna, ich liebe dir, weißt du, ja. Aber wir sind hier tatsächlich im Prinzipalstudio. Und falls es ein bisschen halliger klingt, wir sind hier im großen Aufnahmeraum. Wir wollten eigentlich draußen sitzen, aber das Wetter hat es nicht hergegeben. Und deswegen haben wir dann gesagt, komm, das Schlagzeug steht ja noch, die Schießbude ist noch aufgebaut. Dann können wir ja natürlich besser hier sitzen und euch ein bisschen unterhalten. Wollen wir auch sehen, ne? Auf der Rückseite, vielleicht könnt ihr das im Spiegel hier irgendwie noch erahnen, auf der Rückseite von der Kamera ist quasi die große Scheibe zur großen Regie, wo die Kollegen, die Teilnehmer am großen Mixwochenende hier im Prinzipalstudio jetzt schon mit Vincent Sorg zusammen das Drum-Editing machen. Da werden also jetzt die Drums editiert. Währenddessen nehmen wir hier unsere charmante Folge auf und grüßen immer mal so hinter die Kamera die Leute, die da gerade interessiert zu kommen. Können wir mal winken? Da winkt ja einer sogar zurück. Die sind alle total konzentriert. Ja, die sind alle konzentriert. Auf jeden Fall haben wir hier gerade schon richtig schön aufgenommen. Wir haben ja richtig coole Sachen gemacht. Wir haben gestern schon angefangen, den Song, den ich mitgebracht habe, schon mal zu strukturieren, Tempo festzulegen, nochmal den Ablauf festzulegen, dann nochmal die Tonlage nochmal geändert, damit ich noch mehr gequält werde, wenn wir dann später zum Singen kommen. Um dann vorbereitet zu sein, dass Björn hier quasi anreisen kann und wir dann uns mit dem Schlagzeug-Recording auseinandersetzen. Das erzählst du jetzt so rühmlich. Ja, wieso? Es ist doch rühmlich. Ja, weil letzte Woche nicht so gut geklappt hat. Ja, letzte Woche sind wir nicht Freitagabends angefangen. Also zur Erklärung, dies ist das zweite Mix-Wochenende. Wir haben schon eins hinter uns, dies ist das zweite Mix-Wochenende. Und beim letzten Mal war es ja so, dass wir mit den Vorbereitungen, die ich gerade alle aufgezählt habe, eben erst am Freitagmorgen angefangen sind. Mit anderen Worten, dann hat sich das Drum-Recording nach hinten geschoben. Dann warst du auch noch knapp mit der Zeit, weil du um 15 Uhr weg musstest. Von daher sind wir beim letzten Mal mit dem Song nur bis 60 Prozent gekommen. Also wir haben gestern Abend den Song nochmal gehört, den wir letzte Woche aufgenommen haben. Und haben beide so festgestellt, ja, ist alles da. Das wäre jetzt der Punkt, wo wir uns nochmal hinsetzen. Um das aber einzuordnen, wenn man mit einem Pro wie mit Vincent Sorg aufnimmt, dann ist es tatsächlich so, die 60 Prozent, die wir hier anleben, ist für viele im Heimstudio tatsächlich schon 100 Prozent. Die würden sagen, kann so raus auf jeden Fall. Ich würde sagen, bevor wir weiter uns hier um den Kopf und den Kragen quatschen, heute ausnahmsweise auch mal mit Fremdtasse. Ja, deine ist Duckdive Music, das ist das Label hier. Nee, das ist hier beiseite. Achso, auf der Rückseite. Guck mal, habe ich gar nicht gesehen. Auf meiner Vorderseite ist nämlich die Prinzipalstudios zu sehen. Prinzipal, weil der Prinzipalmarkt in Münster. Genau. Lass es euch schmecken. Und auch dazu erklären, wir haben den Kaffee auf, muss man schon sagen. Und den Quarkball auch. Wir trinken jetzt Wasser, weil wir so viel Kaffee heute schon getrunken haben. Das stimmt, apropos Kaffee. Ja. Achso, wir haben ein Kaffee geschenkt bekommen. Wir haben ein Kaffee geschenkt bekommen. Und zwar, der ist aus Bochum, ist der geschenkt worden vom Andi. Der hat uns den Kaffee Guatemala Los Vulcanos mitgebracht. Andi ist ein Teilnehmer hier beim Mixwochenende und der hat uns den von der, was war das? Röstart, glaube ich. Röstart aus Bochum mitgebracht. Das nur, keine Werbung, nichts bezahlt sonst was irgendwie. Einfach nur als kleines Dankeschön auch an den Andi, dass er uns den Kaffee geschenkt hat. Wir freuen uns schon sehr, den dann bei dir in der Kaffeemaschine zu vermahlen. Auf jeden Fall. Und nachdem wir jetzt alle Insider abgeholt haben, falls du hier neu sein solltest und jetzt noch nicht verschreckt geworden bist, ich fange nochmal von vorne an, falls du noch nicht verschreckt wurdest, so ist das richtige Wort. Da wurde schon so viel geredet. Wir sind zwei Kumpels, Björn und ich sind zwei Kumpels, die sich regelmäßig unterhalten und am Telefon festgestellt haben, wenn wir jetzt so weitermachen, dann können wir im Prinzip auch einen Podcast machen und haben den Podcast dann DAW-Versteher genannt. Wir quasseln einfach trotzdem, so wie uns der Mund gewachsen ist, quasseln über Audio-Technik, über das, was uns in unserem Audio-Alltag so begegnet ist. Ich bin ja, wie du weißt, hier bei YouTube und ich bin Mix-Ingenieur. Du bist Mastering-Ingenieur, Live-Musiker, Dirigent. Sag was, habe ich irgendwas vergessen? Die alle Eier legende Wollmilchsau quasi. Auch. Ein Master of Alles. Und heute haben wir eine Spezialfolge. Genau. Das heißt, alle Werte und Normen, die wenigen, die wir haben, wie zum Beispiel, ich erzähle jetzt dir mal ein bisschen was. Ja, erzähl mal mir was. Genau. Wir hatten ja eigentlich in der letzten Folge, für die, die jetzt drauf warten, festgelegt, dass wir heute über Eminem sprechen. Lose Yourself war quasi der Mindsong des Monats. Der Rubrik Song des Monats, genau. Genau. Und jetzt haben wir aber gesagt, nee, den nehmen wir heute mal nicht, weil wir machen heute wirklich eine Spezialfolge, prinzipiell, wenn wir schon mal hier sitzen, vor diesem wunderschönen Schlagzeug, dann... Ja, blau und nicht geputzt, also genauso, wie es mir in einem anderen Studio ausstehen könnte. Ja, aber im Video sieht das geputzt aus. Das ist im Unschärfebereich. Das ist die Heisenbergsche Unschärfe-Relativitätstheorie. Genau, also heute eine Spezialfolge zum Thema Prinzipialstudios. Letztes Wochenende ist ja schon erfolgreich hinter uns, oder hinter dir vor allem. Tatsächlich. Mit vier Tagen. Und jetzt sind wir hier mittendrin, am zweiten Wochenende. Also noch mal zur Einordnung, was hier passiert vielleicht für die Leute, die das jetzt nicht mitgekriegt haben. Was passiert denn hier? Also wir treffen uns das. Oder was ist hier passiert? Also das Mix-Wochenende, oder die Mix-Wochenenden finden einmal im Jahr statt, und zwar Ende August, Anfang September. Dieses Mal sind es zwei Wochenenden. Nächstes Jahr werde ich wahrscheinlich nur ein Wochenende machen. Und die Idee ist, dass wir die Leute mit in den Studioalltag zwar reinnehmen, in ein großes, altes, im Prinzip anachronistisches Studio, weil solche großen Studios, es gibt es ja deutschlandweit eigentlich kaum noch. Das hier ist jetzt auf einem großen Hof, der den Jungs gehört. Und deswegen können die das auch machen, weil denen das gehört. Sonst, wenn du hier Miete bezahlen musst, wirst du ja doof und dusselig. Also das kannst du quasi gar nicht betreiben. Um dann aber trotzdem zu zeigen, dass es gar nicht das Studio ist, sondern dass es viel pragmatischer ist. Also wir haben hier viel mit Mikrofonen herumgespielt und so auch die teuersten Mikrofone angeschleppt und letztendlich festzustellen, das, was vor dem Mikrofon stattfindet, ist eigentlich viel relevanter, als das, was danach... Also natürlich kann man viel Einfluss nehmen auf das, was aufgenommen wurde, aber wichtig ist erstmal das, was reinkommt. Und wir haben ja interessanterweise, gerade beim Drumrecording, haben wir ja dir nur die Overheads aufs Ohr gegeben, wo Vincent dann auch sagte, das kann man nicht mit jedem Drummer machen. Die Idee dahinter war, dass der Drummer natürlich dynamisch mit seinem Instrument umgeht. Der spielt also das, was er hört, letztendlich. Und wenn wir dir jetzt nur die Overheads geben, kriegst du quasi das ganze Bild vom Schlagzeug. Aber wenn dir die Becken zu laut sind, dann haust du halt auch nicht so feste drauf. Das heißt, und du bist halt ein Drummer, der es umsetzen kann. Manche Drummer können das nicht umsetzen. In diesem Fall hat es geklappt. Und wir haben drüben gestanden, auf der anderen Seite der Scheibe. Und Vincent sagte, ach so, das sind übrigens nur die Overheads. Und alle guckten sich so an. Was? Bitte? Keine Stützen dran? Nee, die habe ich nicht hochgeschoben. Das sind nur die Overheads. Und dann waren alle wirklich komplett... Ich glaube, ein klein bisschen Bassdruck hat er mir dann, glaube ich, glücklicherweise noch mal draufgepackt. Naja, also wir sitzen jetzt ja gerade hier vorm Schlagzeug. Ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann jetzt auf dem Video, falls ihr uns zu sehen solltet. Aber an diesem Schlagzeug ist tatsächlich, habe ich gerade noch so gesprochen, da ist schon drüber nachgedacht. Aber da hängt wirklich kein Mikrofon dran, was teurer ist als 600 Euro. Was kostet das? Ja, oder 800 oder so? Ja, die TLM 103, die wir haben aber festgehalten, die haben wir als Overhead genommen. Ja. Wir hätten aber auch zwei ML2 drüber hängen können von Slate, die wir letztes Jahr genommen haben. Beim Sommersonnenfänger zum Beispiel. Da hängen zwei ML2, die kosten ein Stück 160 Euro. Ja, aber trotzdem, ne? Ich meine, selbst, ich weiß nicht, was ein TLM 103 jetzt kostet. Also das sind die Overheads. 800 Euro wahrscheinlich schon die teureren. Aber ansonsten hängen hier wirklich nur Mikrofone im Preisbereich, weiß ich nicht, 100 bis 250 Euro oder so. Ja, nur nichtmals, ne? Also das Shure SM57 Beta. Dann haben wir ganz viele von diesen Slate-Stäbchen, von diesen ML2 dran. Genau. Dann diese Selfmade-Top-Mikrofone von Vincent. Und Schuhe, also die nicht mehr hergestellt werden, aber die man leicht positionieren kann. Genau. SEA Electronics noch an der Hi-Hat. Und SEA Electronics-Basen-Mikrofon. Also das ist schon interessant. Und das war ja letztes Jahr auch schon, die Leute, die den Podcast letztes Jahr quasi, das war ja ähnliche Zeit wie jetzt, ne? Müsstet ihr mal, wenn ihr noch nicht dazu gekommen seid oder uns erst seit Kürzerem folgt, nochmal zurückscrollen, wenn euch das besonders interessiert. Da haben wir auch schon hier eine Sonderfolge aufgenommen. Allerdings in der Regie. Und live vor Publikum. Genau, live vor Publikum. Da waren wir alle allerdings abends aufgezählt. Da waren wir fix und fertig. Da waren alle total fertig. Da war es auch nochmal 5 Grad wärmer wie jetzt locker. Ja, genau. Und da wurde ich auch letztes Jahr sehr gequält, muss ich sagen, als Schlagzeuger hier. Da warst du aber auch nicht in Shape. Da war ich überhaupt nicht in Shape. Du warst nicht im Training. Ja, gar nicht. Wenn wir das mit deiner Form von heute aufgenommen hätten, dann wärst du da ganz locker durchmarschiert. Wahrscheinlich, ja. Also vielleicht die Spieltechnik mit den Sechzehntel aus dem langen Arm vielleicht nicht so, weil du das nicht gewohnt bist. Du bist ja Handgelenkspieler. Ja, stimmt. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du das mit deiner heutigen Form deutlich besser abgelebt hast. Aber interessanterweise, da, jetzt hab ich gerade einen Gedanken gehabt, den ich da noch reinbringen wollte, der jetzt schon wieder weg ist. Dann red doch doch einfach weiter. Ja, so schnell geht das. Ja, rucki zucki. Einfach nur so, oh, ein Schmetterling. Ja, genau. Ich hab ja über die Podcast-Folge vom letzten Jahr gesprochen. Und da haben wir ja auch schon hier gesessen und haben auch schon gesagt, wie geil halt diese Art und Weise des Herangehens ist von Vincent. Total pragmatisch. Weil natürlich hier sitzen dann oder stehen zehn Leute im Aufnahmeraum und ja, nerden natürlich im positiven Sinne darüber. Und ich hab jetzt hier gesehen, das Mikro. Und warten auf den Magic Moment hier im Studio. Und der benutzt ja immer das und dann macht der ja dann noch so einen Tunnel vor der Bassdram und so. Wie machst du das denn? Subkick und so. Genau, und weiß ich nicht. Und Snare oben und unten und dann ja auf jeden Fall ein Kondensator mit einem dynamischen zusammen und keine Ahnung. Und Overhead brauchst du ja dann mindestens irgendwie drei, eins noch in der Mitte. Da macht man ja noch das und eine Röhre und eine ... Whatever. Weiß ich nicht, ne? Und Vincent so, dann immer so in seiner Münsterländischen Art halt so ... Etwas trocken. Ja, ich nehm halt, das steht hier jetzt grad auf dem Stativ. Nehmen wir doch das mal. Nehmen wir das irgendwie. Ja, warum? Ja, weil es da steht. Das steht da und das Signal, was da rauskommt, kann ich, und das hast du ja eben auch nochmal aufgewertet, oder nicht aufgewertet, sondern nochmal herausgehoben, das kann ich gebrauchen. Ja, genau. Das ist ja letzten Endes das viel Wichtigere, ne? Weil, ganz ehrlich, egal, was für eine Pre-Production du jetzt machst, über zwölf Jahre, ne? Wenn du dann da stehst und vergleichst jetzt 23 Tom-Mikrofone und sagst, das ist der Sound. Wenn wir den Tom-Sound haben, dann geht die Platte auf die Eins. Ja. Also natürlich dürfen wir uns nicht immer so drüber erheben. Oder, ich meine, wir sind ja selber die, die sagen, ja, ihr müsst aber hier, ne? Oder was heißt, ihr müsst? Macht doch mal das, hört doch mal hin und macht mal hier Kompressor und schlaf mich tot. Ja, aber am Ende des Tages ist es viel, viel wichtiger, dass da erstens mal, nicht weil ich das jetzt bin, aber wenn du da einen Drummer hast, der die Tom halt in einem, in einem, keine Ahnung, in einem, wie sagt man das, in einem Radius einer großen Pizza trifft, irgendwie, dann kann die, egal mit welchem Mikrofon ich klinge. Also du meinst, der Drummer sollte im Idealfall einen Spot mit dem Stock immer dieselbe Stelle auf dem Feld treffen? Ja, ja, das 5-Mark-Stück, ne? Ja, ja, genau. Also der magische Moment tatsächlich hier beim Drum-Recording ist der, wenn Vincent, wenn wir auf der anderen Scheibe sind, wir hören über die große Abhöre das, was die Mikrofone wiedergeben und dann wird halt ein Mikrofon solo gestellt und Vincent geht halt mit dem Mikrofon mal vor dem Instrument entlang. Also wir haben bei der Bassdrum zum Beispiel, du hast gespielt, Vincent geht dann mit dem Mikrofon wirklich vor der Bassdrum entlang und man hört so, wie der Sound sich verändert. Das machen wir beim Gitarren-Recording vor dem Speaker auch nochmal und so weiter. Und du stellst dann fest, jede Position hat so ihren eigenen Sound, ne? Ja. Und es ist nicht so sehr das Mikrofon. Natürlich gibt's Bassdrum-Mikrofone, die speziell darauf abgestimmt sind oder so, ne? Mhm. Aber wahrscheinlich ist es besser eben nicht so ein Mikrofon mit so einer vorgefertigten Kurve zu nehmen, sondern eins einfach, was relativ neutral arbeitet und dann später den Sound zu formen, ne? Oder wie die Slate-Mikrofone, wo du halt dann eben so ein Profil... Eine Emulation da, ne? Genau draufladen kannst, ne? Aber tatsächlich, wenn du mit dem Mikrofon am Instrument entlang gehst, stellst du fest, dass du da schon so viele Klangfarben hast von total wummerig... Die Fliegen fliegen hier rum, ne? Die Fliegen fliegen. Dass du von total wummerig, wummerig mit Klick, nur Klick irgendwie... Und du kannst alles dazwischen einstellen, ausschließlich über die Mikrofonposition. Ja. Wo du dann sagst, okay, alles klar, ich glaube, das Mikrofon hat sicherlich seinen Anteil am Sound, aber mit einem Zentimeter zur Seite nivelliert sich das schon wieder, ob das dann wirklich das Mikrofon sein muss oder ob ich nicht einfach nur die Position, die richtige Position fürs Mikrofon finde. Und das ist halt bei allen Instrumenten hier, die wir anspielen, auch beim Akustik-Gitarre-Recording, auch beim E-Gitarre-Recording, beim Bass wird direkt in die DI-Box reingespielt und eben beim Schlagzeug festzustellen, okay, alles klar, wie klingt das denn eigentlich an der Stelle? Und das ist schon ein sehr spannender Prozess, den wir hier durchlaufen, wo wirklich viele Aha-Momente bei den Teilnehmern passieren, wo die dann eben feststellen, ah, es ist gar nicht das Gear. Das ist ja das, was ich letztes Mal gesagt habe hier von Tom Lord Elgy, dem Bruder von Chris Lord Elgy, der gesagt hat, it's not your gear, it's your ear. Und das ist eben beim Recording auch, sich einfach mal die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, Kumpel, spielt jetzt mal und im Idealfall habe ich vielleicht noch einen, der das Mikrofon führt und ich sitze in der Aufnahmestudio im Aufnahmestudio oder du hast halt einen Kopfhörer auf dem Ohr, der so laut ist, dass du den Raum und das Schlagzeug ausblenden kannst und einschätzen kannst, wie klingt denn das Mikro an der und der Position? Ja, aber das ist dann schon bei Schlagzeug im Raum schon schwierig. Ja, ja, genau. Also wenn du jetzt im gleichen Raum bist, Schlagzeug aufzunehmen und dann nur über Kopfhörer oder so dann beurteilen zu können, ist ja alleine schon über den Körperschall, ne? Also über den Schall, der über den Boden... Aber die Idee wird klar auf jeden Fall, zu sagen, okay, alles klar. Wenn du weißt, wo du das Mikrofon hinstellst und weißt, welchen Sound du da rauskriegst, da zitiere ich jetzt mal Joe Gilder von Home Studio Corner, der hat so ein Motto, das heißt Giratz, get it right at the source, also nimm es vernünftig auf, dann musst du es später weniger mischen, ne? Und wenn dann so ein Satz von Vincent kommt, wo er sagt, okay, an der Position habe ich alles, was ich für den Song brauche. Nicht, das klingt am besten oder das gefällt mir am besten, sondern hier habe ich alles, was ich brauche, nämlich untenrum Wumms, ich habe obenrum Klick, ich habe ein bisschen Mitte, ist alles da, was ich für eine Base-Jong brauche, den Rest mache ich mit Mikrofon. Ich glaube, man vergisst sehr, sehr häufig, und davon will ich mich ja auch nicht freisprechen und du mit Sicherheit auch nicht, immer bei, wenn wir so Dinge miteinander vergleichen, zum Beispiel Mikrofone oder Plug-ins oder weiß ich nicht, man vergisst ja immer so ein bisschen die Umgebung, Punkt eins, also die Umgebung, in der man das dann testet, miteinander vergleicht, was du ja auch von Song zu Song komplett eigentlich gar nicht mehr objektiv beurteilen kannst. Nein, überhaupt nicht. Und Punkt zwei ist, auch da, boah, das Mikrofon klingt aber besonders, ich sage jetzt mal irgendwelche Sachen besonders offen oder besonders spitz oder wie auch immer, das kannst du ja wirklich nur beurteilen, wenn du sie eigentlich im gleichen Moment, an der gleichen Stelle, im gleichen Raum, an der gleichen Quelle nebeneinander hältst. Was ja rein physikalisch eigentlich nicht möglich ist. Ja, selbst, ich meine klar, zwei so Stäbchen-Mikrofone kannst du schon sehr nah nebeneinander machen. Ja, aber selbst, aber beim Gitarrenrecording zum Beispiel beim Amp kann so ein Zentimeter, macht schon eine ganze Menge aus auf dem Konus. Das mag vielleicht bei der Bassdrum nicht ganz so feingliedrig sein wie ein Speaker von der Gitarre oder so, aber selbst da ist ein Zentimeter schon ein veritables Maß. Auf jeden Fall, das ist ja immer, der Unterschied wird natürlich kleiner, irgendwie umso näher du aneinander bist, aber dass ein Unterschied da ist, ist ja nicht so, dass plötzlich der Soundunterschied ab zehn Zentimeter auf einmal da ist. Deswegen, also das macht schon totalen Sinn. Generell haben wir ja gerade oft noch drüber gesprochen, beim Brühwürstchen oder Bockwürstchen. Heißwurst. Heißwurst haben wir ja drüber gesprochen. über dieses ganze AB-Testen, Blind-Testen-Kram irgendwie, ne? Gut, da ging es jetzt mehr so um dieses Kabel-Voodoo-mäßige Stromkabel und Stromreinigung und weiß ich nicht, schlaf mich tot. Ja, übrigens nicht Stabilisatoren an die Masse da draußen. Nein, nein, nein. Stromstabilisatoren machen Sinn, aber irgendwie ein 500-Euro-Stromkabel für einen Meter, irgendwie das macht wenig Sinn. Schwierig, schwierig. Ja, wenn du dich damit besser fühlst, gut. Mach das. Aber rein akustisch und auch physikalisch macht es im hörbaren Bereich kein Unterschied. Aber da haben wir ja, da geht es ja einfach um diesen Blind oder generell erstmal überhaupt einen AB-Test zu machen. Und ich hatte das auch schon, das ist auch überhaupt nicht böse gemeint, einen Hersteller oder einen Vertrieb, den ich jetzt auch kenne, also derjenige, der das betreibt, ich will den auch nicht in keiner Art und Weise schlecht reden oder so, da ging es dann halt um so Strom. Kabel? Nee, ja auch, aber im letzten Endes auch um eine Art der Strombereinigung und weiß ich nicht. Ihr merkt schon. Reinigung? Wie reinigt man denn Strom? Ja, ja, frag mich nicht. Vielleicht habe ich da auch Sachen nur so zu 79 Prozent verstanden und nicht zu 100. Nein, es ging darum, dass letzten Endes der Strom, natürlich der ja anscheinend ja dreckig dann aus der Steckdose kommt, dass der nochmal durch irgendeine Filterung geht und dann dementsprechend besonders eben dann einen großen Einfluss bei Monitoring und eben auch bei analoger Hardware machen soll. Und ich habe das erst nicht so richtig verstanden vom Prinzip her, weil, wie gesagt, ich von diesem ganzen Voodoo-Strom-Voodoo und Kabel-Voodoo sowieso nichts halte. Und habe dann so, ja, ob er mal vorbeikommen könnte zum Testen. Und dann habe ich so gesagt, ja gut, wie gesagt, ich kannte ihn ja, jetzt aus dem Studio als, ja, quasi als Kunden mehr oder weniger. Und irgendwie haben wir dann nochmal telefoniert und dann wurde mir klar, dass er jetzt, was er wirklich vorhat, so, ne, falls du das jetzt hörst, das ist wirklich nicht böse gemeint, mein Lieber, ne, ich weiß nicht, ob du zu unserem Podcast hörst, aber es wäre halt einmal komplett mein ganzes Rack, also alle analogen Geräte, das komplette Monitoring, Endstufen, Converter, hast du nicht gesehen, einmal alles auseinander rupfen, dann diese, was auch immer, da reinbauen. Und dann habe ich gesagt, du, selbst wenn das was macht, wie soll ich das denn AB testen? Weil das dauert ja eine Stunde, mindestens, oder weiß ich nicht, bis ich einmal alles auseinandergeschraubt habe, dann wieder zusammengebaut habe, dann höre ich das, dann baue ich wieder alles auseinander. Selbst wenn es ja einen Unterschied macht, wie sollte ich ihn denn wirklich gewinnbringend? Ja. Und das ist ja auch das, was wir uns dann immer sagen, es klingt vielleicht einfach nur anders. Ja, ist es besser? Das ist wie das Gitarrenkabel irgendwie, was dann tatsächlich weniger Höhen durchlässt. Ja, vielleicht ist das für deinen Gitarrensound genau super. Und wenn nicht, dann hast du an deinem Amp immer noch einen Höhenregler oder an deinem Mischpult oder an deiner DAW. Also dieses Gegeneinander zu testen, da verweise ich auf mein Video im Recording-Blog, was mein Lieblings-Plugin ist. Oder wie hieß das nochmal? Ja, Metric AB. Ja, genau. Mastring-Ingenieur verrät sein Lieblings-Plugin. Ja, okay. Also schön mystisch, großer Clickbait-Titel und so weiter. Und du bist natürlich die Legende. Ich werde mir nichts reich hier bei YouTube. Achso, kommen wir gleich zu. Du wolltest noch was zu dem Thema reich werden. Ich wollte über YouTube apprendre, das hat aber nichts mit Geld zu tun. Achso. Ausnahmsweise meine ich. Nein, ich wollte nur noch dazu sagen, ich hatte am Mittwoch, hatte ich quasi einen Praktikanten, wenn man so möchte. Ja, Abo. Jemand, der sich wirklich für das Thema interessiert, nicht aus Kunden- oder aus User-Sicht, sondern eben wirklich, weil er auch in dem Bereich sich vorstellen kann. Zu arbeiten. Zu arbeiten. Sich selbstständig zu machen, wie auch immer. Und wir haben über fünf Stunden, haben wir quasi, wir haben einen Song quasi gemastert oder ich habe einen Song gemastert. Ich habe den ganzen Prozess erklärt und auch das Ganze drumherum. noch so ein bisschen Business-Themen gemacht und wie man da hinkommt. Und so nach fünf Stunden habe ich ihn dann gefragt, ja und, was ist jetzt so dein Gefühl? Weil das war ja wie so ein, ich sage jetzt mal, Berufsorientierungspraktik. Crash-Kurs in alles. Und so das Erste, was ihm so hängen geblieben ist, war halt Metric AB. Das AB, das Vergleichstum. Ja, genau. Ich meine, ich benutze das ja, also wer mal wirklich sehen möchte, wie oft ich das benutze, der schaut sich mal die Mastering, Mastering, Masterclass an. Ja, ist auch verlinkt unter dem Video hier, falls ihr bei YouTube zugucken solltet. Genau, also wenn ihr da mal Lust habt, mal wirklich den kompletten Mastering-Prozess von einem Song oder anhand eines Songs mal zu sehen, dann seht ihr mal, wie oft ich diesen Button drücke. Ist gegen Geld, muss ich dazu sagen, aber das Geld ist erstens gut angelegt und zweitens unterstützt ihr uns damit auch gleichzeitig, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau. Wenn ihr es auch weiterhin unterstützen wollt hier bei YouTube, dann klickt den Daumen nach oben, abonnieren und natürlich immer dranbleiben und kommentieren. Das hilft uns wahnsinnig weiter. Auf jeden Fall. Man mag das nicht glauben, aber es ist tatsächlich so. Das nur als organisatorische Teil. Dann lass uns doch von da aus direkt den Weg zu YouTube finden. Ja, tatsächlich. Es ist so, jeder findet ja so in seiner Blase statt, in seinem Social Media, in seiner Social Media Blase oder wie das hier auch gerne genannt wird, die Echokammer. Also du machst jetzt ja quasi den Anwender, nicht denjenigen, der Content produziert. Den Zuschauer. Ich nicht der Creator, sondern ich als Zuschauer. Ich bin ja auch Zuschauer. Ich bin YouTube-Zuschauer und jeder kriegt ja so die Videos vom Algorithmus vorgeschlagen, wo der Algorithmus glaubt, das könnte mich interessieren. So. Da würde ich jetzt vom Algorithmus natürlich erwarten, dass der so meine Interessen analysiert und dann antizipiert, was mir noch so gefallen könnte. Stattdessen klicke ich auf irgendein Video, sagen wir mal, neulich habe ich irgendwie, habe ich auf ein Video von Ter Wilkenfeld geklickt. Das ist eine Bassistin. Eine sehr gute Bassistin, die hat ganz in jungen Jahren schon mit Jeff Beck gespielt. Irgendwie ist eine wirklich, eine fantastische Bassistin. Spielt auch Gitarre, singt, ist auf der Leverkusener Jazz-Tagen schon. Also richtig ein dickes Ding. Irgendwie hat richtig geile, so Korkenzieher-Locken. Ist einfach ein tolles Mädchen. Also, ich klicke also jetzt auf das Video von Ter Wilkenfeld. Und was macht der geneigte Algorithmus? Der denkt, naja, antizipiere ich mal, was ihm noch gefallen könnte. Und mein ganzer Feed ist voll mit Ter Wilkenfeld. Wo du sagst, ja super. Wenn ich hätte mehr von Ter Wilkenfeld sehen können, dann hätte ich ja danach gesucht. Und dann stattdessen ist mein kompletter Feed voll mit dem Zeug. Und alles andere findet plötzlich nicht mehr statt. Wenn ich jetzt morgen auf, wie kriege ich ein Loch in die Wand reinkwicke, dann ist mein ganzer Feed voll. Dann reden sie immer davon, dass der Algorithmus so unfassbar schlau ist und dass der alles antizipiert. Aber nichts. Ich habe den Eindruck, mit jeder Revision wird der Dümmer. Das habe ich aber, ja, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Wo du dann sagst, okay, wir YouTube-Creator versuchen ja immer, dem Algorithmus zu gefallen. Da gibt es Mechanismen, was wir einhalten müssen. Du willst ja ausgespielt werden. Genau, ich will gesehen werden. Ich will, dass von meinen 50.000 Abonnenten auch im Idealfall alle 50.000 Mal einen Hinweis kriegen. Das würde mir sehr helfen. Stattdessen kriegen 50 den Hinweis, dass mein Video rausgekommen ist. Und wenn von den 50 genügend klicken, kriegen die nächsten 500. Aber nur, wenn die 50 vorher geklickt haben. Wenn die 50 vorher nicht genügend geklickt haben, dann kriegen die nächsten 500 das nicht gezeigt. So, das ist der Algorithmus auf Creator-Seite. Also, da verstehe ich aber die Idee noch so grob dahinter. Auch wenn ich das unfair finde. Aber unabhängig davon, ich als Zuschauer sitze da fasziniert vor und denke, das kann doch nicht wahr sein. Das ist so wie Werbung, die du auf deiner Lieblingszeitungsseite ausgespielt bekommst. Du interessierst dich für eine Kfz-Versicherung. Du kaufst die Kfz-Versicherung und ab da kriegst du ausschließlich Werbung für diese Kfz-Versicherung. Wo man sagen müsste, eigentlich müsste doch diese Kfz-Versicherung jetzt an den Algorithmus melden, dass ich das schon gekauft habe. Ja. Oder, was weiß ich, ich kauf ganz oft Elektronikartikel bei Konrad Elektronik zum Beispiel oder bei Reichelt oder so Kleinzeugs und so. Klickst da einmal drauf, gefangen von hier bis übermorgen, wo du denkst so, also, das ist doch nicht schlau. Das ist doch nicht intelligent. Aber das Gefühl habe ich auch so. Bei Social Media ist es ja genauso, ob jetzt Facebook oder Instagram oder wie auch immer. So die Werbung, die dir angezeigt wird, wo ich dann denke, okay, also ich habe ja selber auch schon Social Media Werbung geschaltet, Kampagnen gemacht und was weiß ich nicht alles. Teilweise auch mit Werbeagenturen zusammen und so. Man versteht ja schon das Prinzip dahinter. Es ist ja klar, dass wenn ich jetzt bestimme, du bist in meiner Zielgruppe. Ja. Das bestimme ich ja über verschiedene Merkmale, die man festlegt. So, und dann gibt es ja verschiedene Wege, dich irgendwie an Haken zu kriegen. Ja. So, man zeigt das einmal, du hast nicht draufgeklickt. Man zeigt halt nochmal, du hast nicht draufgeklickt. Man zeigt halt nochmal, du hast nicht draufgeklickt. So, irgendwann ist ja, der Punkt, wo man dann denkt, anscheinend ist es nicht relevant. Sonst hätte er ja schon mal draufgeklickt. Genau. Was ich verstehen kann, wenn jemand draufgeklickt hat, dann entsteht ja so eine, jetzt muss ich die Marketing-Sprache aufpassen, wie so eine Art Funnel entsteht ja dann. Ja, genau. Also quasi ein Ablauf, eine Reihenfolge, die sich dann daraus ergibt. So, der klickt drauf, scrollt einmal runter, ah nee, geht wieder weg. Ja, genau. Natürlich muss ich den nochmal wieder erreichen. Retargeting. So. Also nochmal treffen. Das macht total Sinn, dass ich den nochmal treffe. So, jetzt geht der nochmal, zeige ich dir nochmal dreimal, er guckt wieder nicht, vierte Mal, fünfte Mal, er klickt wieder drauf, durchläuft das ganze Ding, bis ganz kurz vorher und geht wieder raus. Ist das jetzt der Punkt, wo ich sage, jetzt reicht es? Nein, natürlich nicht, weil der war ja schon viel weiter. Der war ja schon so nah dran, dein Kunde zu werden. Genau. So, und dann machst du das nochmal, zeigst du das nochmal fünfmal und dann tatsächlich klappt es und er meldet sich für deinen kostenlosen PDF-Sprache an. Mega, ja, ganz genau. Weiß ich nicht, was da ja alles für tolle Strategie, also ich will das ja auch gar nicht schlecht reden. Also das ist natürlich nicht ohne Grund ein Business für sich. Absolut. Aber wenn ich dann denke, ey, ihr habt mir das jetzt 700 Mal angezeigt. Ich hab nicht einmal draufgeklickt, ich bin auch nicht stehen geblieben oder hab irgendwie nochmal nach links oder rechts oder weiß ich nicht. Ist doch jetzt gut, ne? Äh, liebes, äh, Papas Shorts und ich krieg so ganz komische Klamottenmarkenwerbungen, wo ich so denke, ey, bin ich irgendwie 50 und, äh, ja, vielleicht entspricht mein Geschmack. Das Geile ist ja noch, ich bin ja quasi im Kernberuf, könnte man jetzt meinen, dass ich auch so eine Art Influencer bin, weil ich Einfluss habe. Also ich bin auch, auch Influencer neben Content Creator und, äh, Audio-Ingenieur und, äh, und, äh, Videograf. Educator und so weiter und so fort. Also jetzt, nicht Erzieher, ich bin ein Lehrer. So, so eine Art würde man jetzt sagen, ne? Tutori, Tutorials-Macher, genau, Coach. So, Leute, einer der Leuten zeigt, wie man, äh, überlebt. Achso. Abgezogen gehen kann und so. Ähm, und dann werde ich ja immer wieder von Firmen angeschrieben, die dann wollen, dass auf meinem Kanal dann auch Werbung stattfindet, ne? Und auch da, höchste Intelligenz natürlich angesagt. Jetzt bin ich jetzt tatsächlich von Temu angeschrieben worden. Nein. Hey, ich bin, was weiß ich, Maria von Temu. Wir finden dein Content ganz großartig. Wir sind total. Und könntest du dir vorstellen mit uns hier so? Und ich erst mal so, äh, also erst mal, Hey, Recording-Blog, finde ich schon mal super. Also wenn mich einer nicht mit Vornamen anschreibt, hat sich meine Videos wohl nicht angeguckt. Ja, oder hat einmal ins Impressum geguckt. Whatever, ne? Aber selbst im Impressum steht ja mein Name drin. Ja, meint ich ja. Aber da steht dann, Hey, Recording-Blog, meistens lösche ich dann schon, ne? Ja. Aber in diesem Fall habe ich jetzt mal gesagt, Temu, Was ist denn überhaupt Temu? Findet in meiner Welt nicht statt? Ich habe jetzt mal geguckt. Also, okay, ein Ramschladen, wo es alles gibt irgendwie. Ja, tatsächlich alles. Per Luftpost aus China. Alles, was meinem Werteempfinden widerstrebt irgendwie. Also Wegwerfware im Plastik eingeschweißt, per Luftpost aus China, von unterbezahlten Uiguren zusammengeklöppelt, irgendwie sonst was, wo du wirklich sagst, Ey, Leute, Das habe ich letztens gesehen, Entschuldigung, bin ich jetzt über das Ziel hinausgeschossen? Ein Dramm, wo wir gerade bei Dramm-Mikrofon sind, ein Dramm-Mikrofon-Set für 57 Euro, glaube ich, oder so. Ja, das muss doch nicht mehr kosten. Ne. Ausprobieren? Nein. Auch nicht aus Content-Gründen. Nein, auch nicht aus redaktionellen Gründen unterstützen wir das. Ich kann dich beruhigen, habe ich schon mal gemacht. Hast du schon gemacht? Ja, das 99-Euro-Set, damals vom Music Store, habe ich schon mal ausprobiert, war okay. Wenn man es anbringt und danach nicht wieder anfasst, konnte man da, ja, also rothaumlich war es nicht. Ja, okay. Aber es war okay. Man konnte damit arbeiten. Im Vergleich dazu, wir haben ja letzte Woche hier zum Beispiel mit dem großen Mikrofon-Koffer von DPA aufgenommen. Ja, genau. Ein tolles Ergebnis. Unterm Strich blieb aber stehen, ganz schön viel Geld. Genau. Das ist so. Deswegen habe ich auch gesagt, also wenn man sich irgendwie das hier mal zusammenrechnet oder, ne, klar, wenn man jetzt so ein bisschen Luxus wie Raummikrofone hier rausrechnet oder sowas, ne, könnte man mit sehr, sehr gutem Mikrofon, ja, also mit den Slates und so und, weiß ich nicht, hier, Shure SM57, Beta, wie auch immer, mit so knappen anderthalbtausend Euro kannst du dir eigentlich ein sehr, sehr gutes Mikrofon-Setup für ein Drumset zusammenbauen, ne? Aber für ein volles Drumset. Ich brech's noch mal weiter runter. Du könntest theoretisch auch mit vier oder sogar noch mit drei Mikrofonen, wenn du zwei O-Weight haben willst, bist du bei zwei Mikrofonen, dann hast du einmal Bassdrum und hast einmal Snare. Wenn du das alles, die ML2 nehmen würdest von Slate, ich will keine Werbeveranstaltung für die Slate-Mikrofone machen, aber die sind für den Preis einfach unschlagbar gut. Nee, der Steven, der hat auch schon genug weiße T-Shirts, der braucht keine mehr. Und dicke Mockis. Ja, aber das ist ja dann... Auftätowiert, ja, ja, genau. Das ist emuliert. Ja, ja, genau, ML-uliert. Nee, aber mit den ML2, also man kann darüber eigentlich gar nicht genug sagen, weil die sind für den Kurs sind das wirklich gute Mikrofone, da kann man ordentlich mit arbeiten. Ich meine, ich will auch nicht wissen, wo die hergestellt werden. Auch in China, Mundgeklöppelt von... Das gleiche wie bei Timo wahrscheinlich, ne? Also wahrscheinlich. Aber letztendlich, nochmal, man kann mit diesem Mikrofon wunderbar arbeiten. Unfassbar gut. Und die sind flexibel, du kannst die auch vor ein Gitarren-Amp stellen, du kannst damit theoretisch sogar Gesang aufnehmen, hab ich jetzt noch nicht gemacht, aber ist ein Kleinmembran. Und davon gibt's ja das ML1, das steht ja hier zum Beispiel auch, ne? Das hab ich ja auch. Du hast, glaube ich, auch eins, oder? Ich hab auch eins. Ich hab's neulich wiedergefunden, ja. Und ganz ehrlich, ich meine, das kann man ja ruhig sagen, wir müssen ja keinen Namen nennen, aber wir wissen's ja aus erster Hand von Produzenten, die gerade auf der anderen Glasscheibe, hinter der Glasscheibe hier sitzen, dass egal, welche Sänger hier reinkommen, auch wenn die so ähnlich heißen wie ein Bonbon einer deutschen Firma, dass die auch ihre Platten hier mit einem Slate ML2 aufnehmen. Ja, genau. Und das ist völlig, also ganz ehrlich, den Künstlern ist es doch unterm Strich auch total egal, da kommt man immer wieder zu dem Spruch, witzigerweise war das eben auch schon mal Thema, aber das erzähl ich ja auch immer wieder, betrachte das doch nicht aus deiner Sicht, sondern betrachte das immer aus der Sicht des Kunden. Ja. Oder das, ganz weit runtergebrochen, des Hörers halt. Wer hört denn am Ende die Musik, ne? Interessiert das denn da einen, ob der jetzt ein Neumann, weiß ich nicht was, stand, wenn das gut klingt und funktioniert, dann ist das doch völlig okay. Naja, wenn du ein Musikvideo aufnimmst, dann ist es schon schön, wenn du dann U47 hinstellst. Aber ehrlich gesagt, ich hatte es ja, glaube ich, hier schon mal erzählt, das Video ... Dafür gibt es ja 30 Tage Geld zurück. Genau. Die neue Platte von David Gilmour ist ja anscheinend gerade rausgekommen. Ich habe es jetzt noch nicht, die neue komplett gehört irgendwie, aber unser Freund Hadi, Grüße an dieser Stelle, hat mir gesagt, dass die neue Platte raus ist. Und ich hatte neulich in der Mixbar vom Premium-Bereich, wir treffen uns ja einmal im Monat, wo wir alle zusammen quatschen, einfach den Abend verbringen. Und da habe ich das Foto gezeigt, wie David Gilmour im Video im Studio aufnimmt. Und da war auch das U47, die alte Kanne war aufgebaut. Oben drüber waren ein M160 von Bayer Day. Ach so, ja. So. Und rate mal, womit die wirklich seine Vocals aufgenommen haben. Also wie mit dem M160 irgendwie, weil das in dem Moment jetzt vielleicht einfach das bessere Mikrofon für seine Stimme war, whatever. Aber auch das haben wir ja schon widerlegt, weil wir sind letzte Woche hier gewesen und wir hatten bei einem Teilnehmer, da war die Vocal-Aufnahme, wir hören dann auch immer Musik aus den eigenen Studios und so weiter. Wir hören so ein bisschen Expertise, was kann man besser machen, schlechter machen oder wo klemmt es so ein bisschen oder so, ne. Und da war halt eine Vocal-Aufnahme, die war, die klang sehr hohl und spitz und wir wussten nicht so richtig, wo wir es hinpacken sollten. Und Vincent und ich waren aber beide der Meinung, dass es nicht das Mikrofon ist. So, ne. Weil das Mikrofon war eigentlich, mit dem das aufgenommen wurde, TLM 149, gibt's das? Oder TLM 49 irgendwie. TLM 49, ja. Ja, genau. Also ein dickes Neumann eigentlich so, ne. TLM 49. Hatte ich auf jeden Fall auch mal. Ja, auf jeden Fall gutes Mikrofon, ne. Und wirklich schon Oberklasse so, ne. Also wollten wir jetzt mal ausschließen, dass es das Mikrofon ist und haben dann hier quasi, da wo wir jetzt gerade sitzen, haben wir von Rode ein NTK aufgebaut. Das ist ein Röhrenmikrofon für, hängt genau rechts über deiner Schulter, genau. Und das Rode NTK ist halt ein Röhrenmikrofon für 400 Euro, keine Ahnung, haben darüber aufgenommen. Und um jetzt aber den Eindruck zu vermeiden, dass es jetzt, dass dieses Mikrofon jetzt sämtliche Probleme löst vom Talent auf der anderen Seite, haben wir gleichzeitig dann auch gesagt, nimm doch mal bitte auf und wir stellen jetzt einfach mal das ML1 davor, um zu zeigen, dass es nicht dieses eine spezielle Mikrofon ist, was den Unterschied gemacht hat, sondern dass da irgendwas anderes an der Kette geklemmt haben muss, damit dieser Sound bei der Originalaufnahme eben so komisch rüberkam. Ja, oder ein Preamp oder whatever, ne. Keine Ahnung. Wir wollten nur da zeigen, okay, es ist nicht das Mikrofon, sondern es ist, und das ist die Erkenntnis hier auch im großen Studio, auch wenn wir jetzt hier im tollen Raum sitzen, es ist immer das Talent vor Mikrofon, was die Entscheidung liefert. Ja, die Performance an sich, ne. Und natürlich im Zweifel das Wissen, dass ich auch mit, wenn ich jetzt halt nur meine sechs Mikrofone besitze und nicht sagen kann, so, wir testen jetzt erstmal hier acht Großmembran-Mikros, welches besser klingt, oder wir testen jetzt hier mal 25 verschiedene Schlagzeugmikrofone, wenn du halt dein Set hast oder deine Mikros hast, ja, dann hau mal drauf und bewege das Mikrofon mal zwei, fünf, zehn Zentimeter nach links, eins von unten. Hatten wir ja gerade schon, genau. Und dann plötzlich hast du 25 Mikrofone. Genau, obwohl du eigentlich nur das eine bewegt hast. Das ist ja der große Wahnsinn irgendwie. Und deswegen, also, es gibt ja auch manche Leute, die sich dafür entschuldigen, dass die nur so günstige Mikrofone haben, wo ich dann denke, ja, brauchst du ja nicht entschuldigen, ey, letztendlich, also, wenn du eine beknackte Performance vor dem Mikrofon machst, dafür musst du dich im Zweifel entschuldigen, aber auch nur, wenn du damit nicht fein bist, ne? Ja. Das ist, das stellen wir dann auch ganz oft fest hier, dass Leute, wenn sie dann ihre eigene Musik vorspielen, dass sie vorher schon sich entschuldigen für die Musik. Ja, genau. Immer dieses vorher entschuldigen, ja, ist aber nicht richtig aufgenommen, ist noch nicht fertig, ist erst Demo oder sonst was irgendwie, anstatt zu sagen, hier ist mein Song. Ja, pass auf. Und hinterher zu reagieren, falls ich irgendwas anzumerken habe. Ich habe aber auch, das kann ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch Kunden, die mir teilweise Sachen schicken, weil jetzt sage ich ganz bewusst, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Education-Learning-Umfeld, in dem ich mich ja hier auch etwas bewege, mit dir zusammen, ne? Wo dann Anfragen für Mastering dann auch kommen, wo es dann heißt, ja, hier ist mein Song zu mastern, äh, besser habe ich es nicht hingekriegt, ähm, irgendwie, äh, ich hoffe, da kann man noch was rausholen. Wo ich dann denke, wenn du doch schon selber nicht happy bist mit dem, was du jetzt rausschickst, was erwartest du denn dann von einem Mastering? Ja, Goldpuder. Ja, das kommt ja auch drauf. Ja, aber dann ist es... Also, bei 40 Kilohertz drehe ich schon Default 3 dB rein. Habe ich schon erwartet. Natürlich, das mache ich ja auch, ne? Das hört halt nur keiner. Das ist so ein Automatismus, ne? So wie ich Steuerung S drücke, drückst du 40 K. Ja, genau. Ich habe mir da so einen, wie Vincent, so einen Controller gebaut, der nur 40 K rein ist. Gab es nicht mal so einen Song von Bruno Mars, der hieß 20 K Gold oder so ähnlich? Ja, doch, 20 K Gold heißt der, glaube ich. Ne, bin ich raus. Weiß ich nicht. Ja, du hast 40 K Gold. Mindestens. 40 K. Also hier, wie heißt der, äh, Mac, Marc, äh, wie heißt der nochmal? Marc-EQ oder EQ-4. Ja, ja, genau, mit dem 40 K. Nein, ist natürlich Bullshit. Äh, aber, äh, also, letzten Endes zufrieden zu sein mit dem, was man selber macht, heißt ja noch lange nicht, dass das allen gefällt. Natürlich nicht. Also, also, das ist... Musik ist immer subjektiv. Also, noch anders. Ja. Es wird zu 100% nicht allen gefallen. Nein, natürlich nicht. Und es ist, dann ist es auch völlig egal, ob du in den Prinzipalschübers aufgenommen hast oder bei dem Keller. Ja. Äh, oder, oder bei Onkel Jürgen in der, in der, in der Garage. Das ist völlig egal, ne? Das wird sowieso nicht allen gefallen. Aber, du kannst ja selber immer dafür sorgen, dass das, was du tust, und wir bleiben jetzt natürlich bei Musik, weil das ist, könntest du das ja auf alle Bereiche des Lebens anwenden, aber, äh, natürlich bei Musik. Wenn du doch cool bist mit dem, was du machst, und du das voll feierst. So. Du musst ja nicht arrogant sein. Nee. Und sagen, ne, ne? Ich hab die dicksten Plötze von ganz... Ja, das ist der geilste Scheiß hier, und alle anderen machen nur Quatsch. Das ist ja dann, das ist ja genau das Gegenteil der Folge. Ja, genau. Man kann ja sagen, so, ich mach das hier, keine Ahnung, das ist mein Sound, ich find das cool, ne? Und wenn mir dann jemand sowas schickt und sagt, ich find das total geil, dann weiß ich, okay. Der ist fein damit. Der ist fein damit, der findet das cool, und dann kann ich ja von meiner Seite auch sagen, okay, ich find das aus rein objektiven Gründen, natürlich betrachte ich Sachen auch nicht objektiv als Mastering Engineer. Klar, gibt es ein paar Faktoren, aber... Du bist gefärbt, du hast auch einen Geschmack. Ja, natürlich. Das ist ja, das ist ja gelernter Geschmack sozusagen. Ja, aber oft ist ja ganz wichtig, da stell ich auch fest, wenn du in den Spiegel guckst, was siehst du denn da eigentlich? Also wirklich sich gegenüber ehrlich zu sein. Guck mal, die Songs, die wir hier aufnehmen, der Song, den wir jetzt hier, wo ich morgen Vocals aufnehme hier, werde ich auch hier stehen und so weiter. Ich könnte auch in der Regie stehen. Das wird schon hoch, ne? Wir haben es extra hoch gemacht, aber ich weiß, dass ich ein ordentlicher Sänger bin, aber weiß Gott nicht, der beste Sänger der Welt. Das heißt, ich weiß jetzt schon, welche Limitierungen da kommen werden. Es gibt einfach Phrasierungen, die kann ich nicht singen. Die kann ich 17 Mal singen, die werden nicht gerade. Die kann ich vielleicht händisch versuchen, gerade zu ziehen oder so zu ziehen, dass jede Note dahin gehört. Das ist eine Limitierung, die muss ich in Kauf nehmen, wenn ich das selber singe. Oder ich hole mir einen externen Sänger, der das kann. Das heißt also, wenn ich dir den Song jetzt zum Mastern schicke, dann werde ich den Teufel tun, mich für meinen Gesang zu entschuldigen, weil ich kenne ja meine Limitierungen und ich habe die ja in Kauf genommen, weil wenn ich das nicht hätte haben wollen, hätte ich mir jemanden gesucht, der das kann. Also lohnt es sich nicht, darüber zu lamentieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ganz viele Menschen, die einfach in den Spiegel gucken und Mariah Carey auf der anderen Seite sehen oder Bruno Mars auf der anderen Seite oder Michael Jackson oder sonst was irgendwie, wo du sagst, ja, aber auf der anderen Seite stand halt trotzdem Gollum. Das haut nicht hin irgendwie und jetzt mal bösartig. Und sei einfach ehrlich zu dir und kenne deine Limitierungen. Und es ist ja auch bei Musikern so, wichtiger zu wissen, was man kann, ist zu wissen, was man nicht kann. oder um es auch mit anderen Leuten zu sagen, wichtiger als die Noten, die du spielst, sind die Noten, die du nicht spielst. Und sich da zurückzunehmen oder weitgehend korrekt einzujustieren, einzuordnen, ohne sich dafür zu entschuldigen, was man tut, finde ich, ist ganz wichtig, sondern ja, da scheiden sich wirklich die Geister und manche Talente scheitern aber auch daran, zum Beispiel, weil sie zum Beispiel nicht so geschmacksfest sind. Das heißt, sie holen sich dann externen Input. Und natürlich hat ein Gesangstrainer ein hohes Maß an Interesse daran, dich noch weiterzubringen und dir zu sagen, dass du Talent hast und so weiter. Ich will jetzt nicht den Gesangstrainer oder Gitarrenlehrern oder sonst so, denen wir alle auf Füße steigen. Aber natürlich hat der ein maximales Interesse daran, dass du weiter bei ihm bleibst, weil du weiter deinen Kurs bist. Das nächste Woche nicht alles ganz. Genau so. Und sagt dir natürlich auch im Zweifel, schmeichelhafterweise, schmeichelhaftererweise, dass du vielleicht Talent hast, wo vielleicht nur in Ansätzen Talent da ist. Ich will es gar nicht klein machen. Ich verstehe schon, was du meinst. Das ist ja dann dieser Moment bei Deutschland sucht den Superstar, wo Dieter mal wieder einen aus der Kelle rausholt und jemanden gerade niedermacht, ohne dass das, der holt einen Spruch raus, weil das sein Job ist. Aber letztendlich, wenn er dann hört irgendwie, ja, aber mein Gesangslehrer hat mir gesagt, ich habe Talent. Dann solltest du dir eine Gesangslehrer rausschmeißen. Die Kernaussage ist richtig. Aber dass derjenige, der ja trotzdem Spaß am Singen hat, das ist ja eigentlich das Wichtige. Und dann, es ist halt immer schwierig, den Leuten reinen Wein einzuschenken und mal zu sagen, pass mal auf, es ist nicht die Technik, das ist bei mir auch ganz oft Coachings, ich will Mix-Coaching machen, im Mix kann ich nichts machen irgendwie. Ja, wir wollen da doch, jetzt noch Gloomus da noch drauf oder sonst was irgendwie oder professioneller Hauch oder sonst was irgendwie. Irgendwann stehst du dann davor und denkst so, ja, aber es ist das, was wir gerade schon gesagt haben, es ist das vor dem Mikrofon. Da fehlt die nötige, im Zweifel vielleicht die Kenntnis, die nötige Sensibilität, manchmal auch das Talent, die technischen Fähigkeiten, gerade Gesang ist extrem schwierig, wenn du dich in den falschen Lagen zum Beispiel rumtummelst, eine Kontrolle in tiefen Lagen zu haben oder wenn du leise singst und so weiter, das ist alles schwierig. Und es ist halt auch was anderes, ob du in der Badewanne einfach vor dich hinträllerst oder ob du vor einem Mikrofon eine ausdrucksstarke Performance machen willst, die andere Leute mitreißt. Ich denke jetzt so drüber nach, letzten Endes, was ist die Kernaussage dahinter? Weil wir wollen ja, letzten Endes sind ja besonders eben in der heutigen Zeit ja die, die solche Dinge wie eben der Recording-Blog, ja, soll ich mal ganz ehrlich sagen, oder eben auch andere Wissens- und Coaching-Plattformen, die sind ja genau dafür gemacht, um dir so einen Grundstock mitzugeben. Um dir den Grundstock und sowas mitzugeben. Ich frage mich halt immer, auch in solchen, ich meine, ich bin jetzt ja in meinem Job, in meinem Job als Mastering-Engineer, ich bin ja nicht der Educator, der Lehrer in dem Moment. Nö, du bist ein Handwerker. Genau. Viele erwarten, Ohrwerker. Ja. Viele erwarten das natürlich, dass sie im Prinzip auch immer ein vollumfändiges Mix-Coaching, schrägstrich Feedback, schrägstrich Vollbetreuung für zwei Wochen pro Master irgendwie bekommen. Okay. Wo ich natürlich dann auch immer sage, ja, ich helfe ja auch gerne und ich, mein Interesse ist ja, dass das Produkt am Ende, ich nenne es ganz bewusst Produkt, auch wenn es natürlich nicht romantisch klingt, wenn man Produkt sagt, aber... Ja, aber das Produkt ist ja das Ergebnis eines Prozesses. Genau. Und das soll natürlich das Bestmögliche rauskommen. Ja. Aber, ähm, was viele, glaube ich, vergessen, und es geht jetzt ja nicht nur mir als Mastering-Engineer, es geht ja dir auch als Coach oder als wie auch immer oft genauso, ähm, dass die Leute oft, ich sag jetzt mal ganz bewusst, Person XY, vielleicht zunehmend, äh, auch gerade was so die jüngere Generation angeht, ja, da haben wir eben auch noch schon drüber gesprochen, ne, Generation Z und so, äh, dass viele immer diese Abkürzung suchen. Ja, dieses Instant, jetzt funktioniert's sofort. Sorge, das muss jetzt sofort funktionieren, ne, oder dann halt, also entweder, äh, diesen Aufwand nicht betreiben wollen, äh, oder sich erhoffen, dass jemand anders den Aufwand für sie, äh, abnimmt. Ja. ne, äh, äh, ich kann mich jetzt nicht davon freisprechen, dass mir das manchmal auch so geht. Jeder will das. Nicht in der, in der, nicht in der Musik, aber ich denk dann auch so, wenn ich jetzt, äh, Markus Bertram anrufe und sag, hier, pass auf, ne, so und so, Schlagzeug, ich brauch hier irgendwie so ein Podest und so und er sagt mir, ja, äh, okay, dann besorg dir mal das und das und das und das und mach mal das und das und das und dann machen wir, dann misst du mal und dann machst du das und das und das und ich denke, boah, hättest du nicht einfach sagen können, ich komm vorbei und mach das irgendwie am Ende. Klar, wird Markus auch machen. Das ist ja sein Job, er baut das Zeug ja auch, ne? Ja, oder er lässt es dann halt bauen. Geht da aber auch ein Preisschild dran. So, natürlich, und er weiß natürlich ganz genau, ja, und dann komm ich halt nachher und mess ihm das einmal oder, oder weiß ich nicht, ne, so, äh, aber in dem Moment hättest du natürlich lieber gehört, ich mach das eben. Ach komm, ich mach dir das eben. So, ne? Ja. Deswegen freu ich mich ja immer bei dir, wenn du erzählst, ja, hier, ne, Stream Deck und so, wo ich dann immer denke, ah, das klingt ja interessant. Ja, ich mach dir das. Ah, gut, sehr schön, läuft. Guter Mann. Guter Mann, ne, aber, aber diesen, diesen Umweg zum einen zu gehen und eben, ähm, das hat ja nichts mit gut oder schlecht sein zu tun oder etwas gut oder schlecht können, aber das selbstreflektierend zu machen, ne, ähm, das geht ja nicht immer nur um Vergangenheit, also, ich habe vor fünf Jahren, wenn ich mir Sachen von vor fünf Jahren anhöre, finde ich ganz schlimm oder so, wo ich immer denke, ja, klar, kann natürlich passieren, dein Geschmack entwickelt sich weiter, deine Fähigkeiten entwickeln sich weiter, dein Gehör, dein Gehör, So, ne, ist ja, das kann ja passieren, aber vielmehr das Reflektierte, das, was ich jetzt gerade mache, äh, also, finde ich das selber gut, kann ich damit selber irgendwie leben, ähm, und wenn ja, äh, wo siedle ich mich damit selber an, ist das meine Kunst, es gibt ja Leute, das ist, schmunzeln wir auch oft drüber, die dann irgendwie unsere Meinung oder deine Meinung oder wie auch immer wissen wollen und dann kriegen sie die Meinung, ja, ich fand das, finde das aber gut so, und dann so denkst, ja, dann frag halt nicht, ja, das ist halt Quatsch, ne? Also ich, wir haben es hier jetzt zum Beispiel gehabt, der Song, den wir letzte Woche hier aufgenommen haben, ist ein Song, den ich 2014 geschrieben und aufgenommen habe, das ist also jetzt zehn Jahre alt und ich hab gesagt, natürlich, wenn ich mir den heute anhöre, höre ich alles, kein Liebeslied, nee, aber was ich alles anders gemacht hätte, heute, ne? Aber man muss ja erstmal den Song erstmal in dem Kontext betrachten, wann man den gemacht hat, mit welchem Kenntnis statt und so weiter, Natürlich höre ich da die eine oder andere Stelle, aber ich hab gesagt, im Kern bleibt übrig, ich finde den Song gut, also der Inhalt selber ist erstmal gut, sodass ich Lust habe, den nochmal anzufassen und sage, so, jetzt kriegt der mal eine Politur, jetzt wird der mal hier aufgenommen, jetzt wird der 20 Beats schneller gemacht und volle Pulle auf die Fresse und so weiter, ne? Aber letztendlich bleibt übrig, die Originalaufnahme höre ich mir trotzdem gerne an und die war auch hier über die großen Lautsprecher, hier hinter der Kamera, auf der anderen Seite in der Regie, war das nicht kacke, wo ich dann auch sage, okay, alles klar, natürlich geht das besser, aber bin ich nicht unzufrieden mit, so, ne? Könnte ich jetzt auch zeigen, so, ne? Ja, aber ich glaube, es gibt auch genug Beispiele, wahrscheinlich von Songs oder von Produktion oder was auch immer, die vielleicht noch nicht mal zehn Jahre her sind bei dir, wo du jetzt denkst, boah, die muss ich mir jetzt nicht mehr anhören. Gibt's auch eine Geschichte dazu und zwar folgende, es kam damals, von TC Electronics kam dieses erste DSP-System raus, ich weiß jetzt den Namen, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, TC, nicht Helicon, ist egal, war auf jeden Fall eine Einsteckkarte im Rechner und da konnten dann die TC-Plugins drauflaufen, die im Prinzip Nachbildungen von den Originalgeräten sind, so, ich hatte mein kleines Studio schon, hab schon Musik aufgenommen, war aus meiner Top-40-Band relativ lange raus, immer mal wieder als subaktiv, Songs geschrieben, aufgenommen, zu Hause, ich hatte noch NS10Ms zu Hause stehen und so weiter, die ganze Abteilung, weiße Pappen, da bin ich Studio, so, ne? Und jetzt kam halt diese TC-Plattform raus und ich kriegte den Finalizer und ich wusste, dass unser Live-Mischer, unser Live-Mischer hatte auch den Finalizer schon damals, als ich ihn noch Top-40 gemacht habe, der war einer der Ersten, mit der Latenz war ein bisschen komisch, weil da kam halt 5 Millisekunden, 10 Millisekunden Latenz drauf aufs System plötzlich, aber wir hatten ein Indie-Monitoring, da fiel uns das nicht so auf und da hab ich gedacht, so, jetzt hab ich den Finalizer, jetzt geht's, den Song da reingeschoben, Finalizer, richtig, Preset, XY drauf, auch von nix ne Ahnung, aber Preset, XY und Finalizer, dann zur Probe von der Band, mal wieder als Sub gespielt, Leute, that is it. Das is it. Ich weiß noch, Oberhausen im, wie hieß denn der Laden noch? Paladio? Ja, nee, auf jeden Fall in Oberhausen eine Disco irgendwie da rein, Leute, das ist es. Die müssen wir uns anhören, mein neuer Shit irgendwie reingelegt, die Anlage geht an und ich denk, oh, und versinkt im Boden irgendwie, weil ich gedacht hab, das kann doch nicht wahr sein, irgendwie. Das war natürlich totaler Schrott, weil es gibt kein Plug-in, dass deine, wenn du Kacke reinschickst, das hinten Gold rausschickt, wie wir es immer so schön gesagt haben, du kannst Kacke polieren, aber dann glänzt sie auch schön, aber es bleibt Kacke. Kacke, ja. Und ich damals stolz wie Bolle und dann hab ich das Rumpelstilzchen gemacht und bin im Boden versunken. Aber genau das, also ne, das ist ja genau das, was ich meine, aber die, die Kernaussage dahinter ist ja nicht, äh, macht keine Musik, wenn ihr nicht perfekt seid oder so, sondern genau das Gegenteil eigentlich, äh, ne, also natürlich, aber, äh, du kannst jetzt einen Song in 2024 auch nur so abmischeln, weil du den in 2000, weiß ich nicht, ja, weil da 10.000 Stunden dazwischen sind, so, bitteschön. Ja, weil du da halt einen Song gemischt hast, von dem du höchst überzeugt warst und dann gemerkt hast, oh, das war aber nix irgendwie, ne. Übrigens auch da, der Song, den hör ich mir immer noch gerne an, das ist aber nach wie vor Kacke gemischt. Kacke, ja. Gemischt, produziert, aufgenommen, alles Kacke irgendwie, der Inhalt ist gut. Du musst dir ja nur so lange ein neues Auto kaufen, bis der in irgendeinem Auto gut klingt. Das ist, glaube ich, der neue Plan des Lebens irgendwie. Vielleicht klingt der ja in Atmos, weißt du, vielleicht habe ich damals schon virtuell in Atmos gemischt, ohne es zu wissen. Du warst deiner Zeit einfach schon immer voraus. Bingo, sag ich doch. Ja. Schön. Du wolltest doch auch noch schön abrenten, ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Worauf denn nochmal? Irgendein Musikladen. Ach so, ja, ne, ich habe die große Deutschland-Tour, Musikhäuser-Tour gemacht. Im Auto? Nein, physisch? Teilweise. Oder online? Teilweise. Okay. Berichte. Also, ohne, ich nenne mal keinen Namen. Was wolltest du denn kaufen? Fangen wir mal da an. Ich wollte Becken kaufen. Ja. Habe ich auch getan. In einem vierteiligen Prozess habe ich jetzt Becken gekauft. Und zwar, ja, also, wie kann ich das machen? Das ist tatsächlich nicht so einfach zu erklären. Heutzutage informiert man sich ja, bevor man irgendwas kauft, erst mal... Im Internet. Genau. Es gibt ja so Menschen, die können das ja so, ach ja, kaufe ich. Ich bin mehr so der Mensch, wenn ich nicht 23 Stunden Videos und Testberichte gelesen habe und zehn Leute als der Meinung gefragt habe, ist bei mir immer schwierig. Ich bin nicht so ein Impulskauf-Mensch, sondern ich muss mich da immer... Also gerade was so irgendwas mit Musik da... Wobei eigentlich bei anderen Sachen eigentlich auch. Also das Einzige, was ich aus Impuls kaufe, ist das nächste Bier oder so. Nein, Quatsch. Gute Steak. Gute Steak. Statt ewig. Genau. Nee, da muss ich auch die Kuh erst kennen. Sonst wäre es schwierig. Das bringt mich auf eine Geschichte, die ich jetzt nicht erzähle, aber für alle, die per Anhalter durch die Galaxis gelegen haben, bedeutet. Ich versuche das jetzt irgendwie interessant zu machen. Naja, auf jeden Fall, ich hatte mich informiert, sehr eingängig und umfangreich. Hat mir Becken bestellt. Ja. Von einem großen deutschen Musikhaus. Hoffentlich mit meinem Affiliate-Code. Die kamen an, habe ich die ausgepackt, habe ich im Studio, habe die draufgemacht und habe gedacht, Hyatt, richtig geil, Crashbecken, irgendwie nicht geil. Okay. Komisch. Naja gut, ist dann halt wie es ist. Auf 50% Treffer ist doch schon mal gut. Ja. Ja, ein Drittel in dem Fall, weil das waren ja zwei Crashbecken. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, ja gut, dann ist das halt so. Die Hyatt gefällt mir aber gut. So, da habe ich mich weiter informiert zu dem Thema. Ich habe gedacht, schickst du das zurück. Das war jetzt ein Becken-Set. Ja. Achso, als Set, dann musstest du alles zurückschicken. Genau. Okay. Schick ich zurück, bestelle mir die Hyatt einzeln und rufe mal bei diesem durchaus großen deutschen Musikhaus. Noch größer? Also es ist immer noch das Gleiche. Ah, okay. Das ist, glaube ich, das Größte, weiß ich nicht genau, an und die haben ja da auch eine Fachabteilung. Genau. So. Weil, ich habe jetzt gedacht, bringt da jetzt nichts, wenn ich mir jetzt nochmal wieder hin und her schicke rein und so weiter. CO2-Fußabdruck. So, genau. Ich habe gedacht, nachhaltig, nachhaltigkeitsmäßig macht das überhaupt keinen Sinn. Ja, ja, ja. Rufst du doch mal an. Angerufen, habe erzählt, ich hatte die und die Becken jetzt da. Ich hatte mir das und das davon erhofft. Das und das haben sie gemacht. Das und das stört mich daran. Bitte schön. Ja. Ja, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, was für Becken dir gefallen. Sollst du ja auch nicht. Du sollst mir ja nur mal eine Richtung sagen. Probier mal dieses. oder magst du es lieber? Was hat dich denn genau gestört? Das erwarte ich ja von einer natürlich. Fachberatung. Von einer Fachberatung. Jetzt muss man natürlich sagen, die haben ja so ein größeres Musikhaus. Das ist ja nicht wie früher. Gehst du zum Musikladen und der weiß, der hat da seine fünf Gitarren und seine drei Schlagzeuge stehen. Der sagt dir, ja, hier muss auf jeden Fall das nehmen. Oder weiß ich nicht. Da käme ich noch von früher auch so. Der Musikladen um die Ecke, das ist natürlich was anderes. Der Roch auch immer so ein bisschen besonders. Besonders schön, ja. So, war für mich Quatsch. Also habe ich gedacht, das macht ja überhaupt keinen Sinn hier. So, dann wollte ich jetzt diese Hi-Hat schon bestellen. Habe aber gedacht, komm, es gibt noch ein ähnlich großes deutsches Musikhaus, was nicht so weit weg ist wie das andere. In Köln oder in Ebenbüren? Ebenbüren ist ja klein. Es gibt beide. Ich war bei beiden. Deswegen sagte ich ja drei Musikhäuser. Also, ich war erst bei A. Ich sage jetzt mal nicht, welches welches ist. Und habe nur überlegt, rufst du vorher an? Nö, machst du natürlich nicht. Weil ist ein Dienstagmorgen 10 Uhr. Da wird da schon nicht viel los sein. Online geguckt, sind die Becken, die ich haben will, verfügbar. Jawohl. Laut Plan, ja. So, bin ich da hingefahren. Hatte natürlich jetzt auch meine Becken mit. Ja. Da musste ich erstmal einen sehr nervigen Prozess, verständlichen, aber einen nervigen Prozess durchlaufen. Die Becken reinzunehmen. Und jedes Becken markiert mit einem Stift und weiß ich nicht, Bändchen drum und so. Alles gut, kann ich voll verstehen. So, und dann bin ich da rein, in diese Schlagzeugabteilung da. Saß da auch der, ich glaube, der Chef von der Schlagzeugabteilung. Und dann bin ich da hin und dann sagt er, ja, da ist die Beckenabteilung, kannst dich austoben. Ja. Wie? Ja, Beckentestraum. Der ist extra, der ist super optimiert und hat dann mir da erzählt, ja, also, ich bin jetzt kein Raumakustiker, aber ich konnte es auf den ersten Blick widerlegen. Ist auch egal. Glaskabine mit jede Menge Metall drin. Egal. Also bin ich da rein, ich wusste jetzt ja schon mal mit der Hi-Hat, was ich wollte und so und dann habe ich ein bisschen getestet und gemacht und getan und dann bin ich halt raus und habe gesagt, hier, Chef, wie sieht das aus? Ich habe jetzt hier die Vorauswahl und so. Ich würde das gerne mal an einem Schlagzeug testen. Ne, das machen wir nicht mehr. Wie, das macht ihr nicht mehr? Ja, also hier Schlagzeuge und Equipment kaputt schlagen lassen, nur weil die Leute hier meinen, sie müssen irgendwas testen. Wir sind froh, wenn es uns in fünf Jahren als Musikhaus noch gibt und wir haben ja hier, die Margen liegen ja teilweise bei unter 1,3 Prozent und wir sind ja froh, Servicewüste Deutschland. Dass wir die Sachen überhaupt noch kriegen und da können wir hier nicht alles kaputt hauen lassen und ne, das macht ja keiner mehr und wenn du mal die richtigen Experten fragst, die würden das ja auch gar nicht machen, dass man ein Becken im Zusammenhang mit einem Set testen müsste und so und ich stand da nur und habe mich angeguckt und habe gesagt, ganz ehrlich, aber ist das nicht der einzige Grund, warum in 2024 noch jemand in ein Auto steigt und zu einem Musikhaus fährt. 150 Kilometer? Ja, oder noch mehr, um Sachen zu testen, weil ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt da in so einen akustisch hochoptimierten Beckenraum stelle und mit dem Stock rumlaufe und 48 Crashbecken in 30 Sekunden anspiele, das kann ich auch online machen. Da gibt es nämlich auch bei großen deutschen Musikhäusern gibt es da Samples, wenn ich mich in den gleichen Raum auf eine vernünftige Abhöre, in ein Studio setze oder so und dann anhöre, kann ich mir auch ein mehr oder weniger objektives Urteil, das ist heller, das ist dunkler, das klingt länger aus, das ist kürzer, wie auch immer. Das macht mehr Ping. Das kann man schon darüber machen. Aber ob das wirklich nachher passt, zueinander passt, wie ist es, wenn ich da mit einer gewissen Dynamik drauf spiele im Zusammenhang, wie ist es, wenn ich drauf crashe, also durchspiele zum Beispiel so einen Crash oder sowas bei härterer Musik. All diese Dinge, die kann ich nur erfahren, wenn ich das Ding hinhänge und spiele. So natürlich am allerliebsten im eigenen Studio oder im eigenen Proberaum, wie auch immer. In dem Fall in einem Musikhaus, wo ich knapp 180 Kilometer hinfahre, um das zu testen. So. Also hat er mich da so irgendwie abgefertigt und da habe ich, also da war, ich war so ganz kurz davor, einfach zu sagen, ja, weißt du was, dann einfach noch einen schönen Tag. So, dann habe ich aber gedacht, ähm, jetzt bin ich extra hier hingeeiert. So einfach wirst du mich nicht los. Genau, ich bin einfach, ich bin jetzt extra hier hingeeiert, irgendwie, obwohl die Arbeit gerade auch liegen bleibt. Das war für mich einfach so in meinem Kopf, ich musste das jetzt geklärt wissen. Ja, und gehe da wieder in den Beckenraum und auf einmal, muss ich auch fairerweise sagen. Dann zehn Minuten später kam er dann rein, seit er hätte jetzt doch ein Set, wo ich drauf spielen könnte. Irgendwie hat das dann aber auch wieder so verkauft, als wenn er sich dafür jetzt einen Arm ausgerissen hätte, dass ich jetzt auf dem, auf diesem 390 Euro Eigenmarkenset, was irgendwo da ungestimmt in der Ecke rumstand, dass ich darauf dann spielen durfte. Ist aber auch anspruchsvoll. Ja, also wirklich, unverschämt würde ich das schon fast sagen. Wirklich, also, so Kunden wie dich möchte man haben. Naja, dann habe ich da gespielt, habe dann Becken gekauft auch nachher, bin dann zu Hause im Studio und baue das alles auf und denke, Kacke, passt doch nicht so gut, wie ich dachte. Aha. Also, ich habe mich davon blenden lassen, dass eigentlich ein Becken, was ich gerne haben wollte, nicht da war und die Alternative mir dann anscheinend für den Moment ausreichend genug zugesagt hatte. Also, es war auch definitiv eigenes Verschulden. Wahrscheinlich einfach schon viel zu lange am Stück dann auf Beckenröte rumgegangen und diese Boof, in der ich dann da gesessen habe, war jetzt auch akustisch nicht so, dass man das hätte differenziert gut sagen können, aber es war halt einfach doof, weil in dem Fall war ich dann doch wieder sehr unzufrieden damit. Also, bin ich zu dem nächsten deutschen Musik rausgefahren. Was hast du denn mit dem Becken dann gemacht? Zurückgeschickt? Ja, genau. Das ging dann aber? Genau, die machen das, dass du auch Sachen, die du im Laden gekauft hast, zurückgeben kannst. musst halt nur den Versand dann selber bezahlen. Auch wenn du die vorher kaputtgekloppt hast und die nur eine Marge von 1,3% haben und die sowieso nicht mehr existieren? Anscheinend. Jetzt machen die schon in vier Jahren und elf Monaten zu, weil ich das Becken zurückgeschickt habe. Time is running. Also, bitte nicht falsch verstehen, irgendeiner von den Hörern, dass wir hier über Musikhäuser oder über Einzelhandel generell abhaten wollen. Also, will ich überhaupt ganz im Gegenteil. Ja, genau. Ganz im Gegenteil. Und ich finde auch, wenn man die Möglichkeit hat und es sinnvoll ist, das zu unterstützen, ne, aber nochmal, wenn bei einem Produkt, wir reden jetzt ja nicht davon, äh, ähm, also, selbst wenn ich jetzt mit Musik beruflich nichts zu tun hätte und dahin komme, dann merke ich doch, wenn jemand da Becken testet, ob da jetzt irgendeiner kommt, der hier eine halbe Stunde rumballern will auf irgendwas oder jemand, der kommt und sagt, pass auf, ganz explizit, die und die Becken, wo man schon merkt, okay. Der könnte was damit zu tun haben. Ja, ne, der hat sich zumindest damit beschäftigt und der hat auch eine Kaufabsicht und wir reden ja hier über Becken, ne, wo ich mal eben fast 2000 Euro gelassen habe in dem, äh, in dem, Laden, so. Und, ähm, wie gesagt, lange Rede gar kein Sinn, das Becken zurückgeschickt, äh, das eine, äh, bin ins andere Musikhaus gefahren, wo ich von hätte von Anfang an hinfahren sollen, eigentlich, weil's auch am nächsten dran ist. 35 Kilometer. Ähm, und hab da vorher angerufen, mit dem, mit dem ganz, ganz lieben, äh, Typen telefoniert, gesagt, hier folgendes Szenario, so und so, ich brauch die und die und die Becken zum Testen. Ja. Ja, alles klar, kennst du denn auch das? Kennst du denn auch das? Ich sag, pass auf, ganz lieb von dir, verwirr mich nicht. Ja, ich komm vorbei. Ich komm vorbei, ich komm sowieso vorbei, ja, ich such das mit raus. So, dann kamst du da hin, die haben ein Räumchen, ist jetzt auch nicht mega genialer Raum oder mega geniales Set, aber da steht ein Raum und das ist für Beckentesten ausgelegt. Da stehen einfach schon mal sechs Beckenstände an dem Set, keine Toms oder eine Centrum oder so, ist wirklich darauf ausgelegt, einfach nur mal zu gucken, wie gehen die miteinander, ne, und dann hab ich mir das so gesagt, von einem anderen Musikhaus erzählt, sagt er, ja, aber was für ein Quatsch, warum sollte denn dann jemand da hinfahren? Ich sag, ja, genau, das ist ja der Punkt. Wahrscheinlich war der Typ auf dem Tresen gar kein Schlagzeuger, sondern der ist ausgeliehen worden von der Gitarrenabteilung und der hatte einfach keinen Bock auf Krach. Genau. Boah, jetzt bin ich extra aus der Gitarrenabteilung geflüchtet und die ganzen Leute hier. No smoke on the water und so weiter. Stairway to heaven und so weiter. Ja, und demnächst wieder Oasis, die haben sich ja neu wieder vereinigt oder reunited irgendwie. Dann im Spiegel die Überschrift, das Foto von den beiden Gallagher-Brüdern und darüber standen Don't look back in anger. Fand ich schon sehr lustig. Auf jeden Fall. Naja, es gibt Großes zu erwarten. Ich hab endlich wieder Wonderwall live. Ich hab ein Video jetzt gesehen irgendwie bei Instagram oder so. Beach Volleyball, ich glaub Olympia war das. Ja, müsste ja sehr wahrscheinlich Olympia gewesen sein. Ich weiß nicht, was für eine Nation das war. Auf jeden Fall haben die sich tierisch gestritten auf diesem, nennt man das dann auch Platz, also auf der Beach, auf dem Strandplatz. Ja, da wo man ein Bällchen hin und her schlägt. Wo man Beach Volleyball halt führt. Irgendwie haben die sich irgendwie gecabbelt und waren sich nicht einig über irgendeine Entscheidung oder weiß ich nicht. Also die beiden Teams oder ein Team intern? Nee, nee, das waren zwei Doppel, nennt man das dann so? Also zwei, zwei Teams, ne? Ja, zwei Leute sind ein Team. Ja, genau. Also es waren zwei Teams und die Teams nicht intern, sondern gegeneinander haben sich irgendwie gestritten und mit dem Schiri und so. Vielleicht haben wir das vielleicht auch gesehen irgendwo bei Social Media. Und dann ganz krass, der DJ, der Stadion-DJ macht einfach Imagine von John und alle wiegen sich in den Arm und alle nur am Lachen und machen irgendwie so, winken so ab, ja, stimmt, du hast ja recht. Mein Gott, hast ja recht. Also richtig witzig auf jeden Fall. Super geil, ja. Das war ein schöner Moment, da hab ich noch so gedacht, ja, man bräuchte eigentlich so fürs Leben auch immer so eine kleine Bluetooth-Box irgendwie, wo man dann einfach mal in gewissen Situationen so, zack, einfach mal, wo dann alle denken, ach ja, stimmt. Den Relativitätsknopf einmal mal anstellen, jetzt mal alle wieder hier 50 Prozent weniger. Imagine all the people, ja, genau. Ja, und ich würde, um das abzuschließen, sagen, dass ich jetzt heute zum ersten Mal ja auch dann gespielt, in mein neues Becken-Setup, mit dem ich jetzt auch mega zufrieden bin. Hat schön geklungen. Richtig schön weiche, relativ dunkle Becken irgendwie, die ich sehr, sehr, die ich sehr, sehr liebe. Also die Odyssee hat sich unterm Strich gelohnt. Dann fühle ich mich sehr geehrt, dass meine Produktion quasi die erste gewesen ist, auf der die Becken zum Einsatz kamen. das nächste Mal dann auf Frankreich-Tour. Unter deinen feinen Fühlern quasi, mehr oder weniger. Da sind die Fühler dann nicht so fein wie heute. Heute war ja, heute war ja ganz entspannt. Ja, sehr schön. Ja, genau, da gibt's ja auch die Fresse-Mucke. Yes, aber dazu dann in zwei Wochen definitiv mehr, weil da wird's dann die heiße Phase sein. Und habt ihr dann auch schon mal geprobt? Einmal. Aber mehr Proben gibt's auch nicht. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Eischalten. Ja, genau. Zur Sonderfolge hier aus den Prinzipalstudios. So ist es. In Ottomans-Bochold. Wir wünschen einen schönen Sonntag. Ja. Oder wann auch immer du das hier siehst. Ja, oder hörst. Und schalten sie auch beim nächsten Mal, nämlich in 14 Tagen, wieder ein, wenn der liebe Jonas folgendes sagt. Besser ungefähr richtig, als exakt falsch. So nämlich. Sehr schön. lasst euch gut gehen. Jassas. Ciao. Ach, herrlich. Oh, da war schon viel Inhalt heute. Ja. Oder? Ja. War auch gar nicht so prinzipal, lasse ich, oder? Ja.